Mein Name ist Miles Morales und mir ist schon langweilig. Dieser Anzug hat schon vergessen, dass wir den ausgewählt hatten. Er hat schon drei Worte oder vier. Arbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an. Ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Bates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Okay, Batman. Ah, das Graffiti-Sauna ist immer noch da. Das ist schön. Äh, was? Ach, jetzt kommen wir dazu. Ah. Siehste. Hatte mich schon gefragt. Oh Gott. Ja. Ich muss die Steuerung anders machen. Warte mal so. Äh. Ne. Das war es auch noch nicht. Aber wir kriegen trotzdem Fertigkeitspunkte. Das war schön. Ja, ich drücke immer falsch rum. Moment. So. Wohl, ne, wir fallen trotzdem. Ne, jetzt ist es wieder richtig rum. Ja, ich noch nicht so ganz. Obwohl, vielleicht doch. Mal gucken. Ah. Jetzt wirst du auf jeden Fall, wofür diese... Au. Ringe sind. Ah. War cool. Sobald man das irgendwie vielleicht raus hat, dann... ist das schon ganz cool. Ja. Ah. Ist schon cool. Ja. Ist schon sehr nice. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Skorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, weil Sandlin bei ihm ist. Skorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Ja, schön, mit ihm können wir ja auch noch diese... Flips hier machen. Autsch. Hä? Und abstürzen. Ja, die gehen auch noch. Guck mal, ein paar IP. So, machen wir deinen Wing wieder an. Geil. Das ist schon cool. Au. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Waffenhandel. Schon wieder. Da sind immer noch dieselben wie vorhin. Naja, liegt ja auf dem Weg. Lufttricks. Der hat das halt gerade auch gesehen. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. So, wir haben ja eine Foto-Möglichkeit. Da drüben. Ah, hier beim Tennis. Wenn ich hier drauf setze. Ah, da oben. Vielleicht auch. So. Hier spielen sie gerade nicht mehr. Oh, naja. 150 IP. Nice. Na ja. Wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama auch gefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde. Aber sie können sich's sicher leisten. So. Hello. Ah, shit. Ich wollte das Ding aufheben. Daneben so. Bäm. War schon cool. Oh, 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 oh. Also, ein bisschen zu viele hier auf einen Haufen. Ich bin so gut wie tot. Okay. Einen Schlag noch. Ja. Oh, oh. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich dachte, ich werde tot. Oh Gott. Oh Gott. Regeneriere ich außerhalb des Kampfes? Jetzt kann ich mich heilen. Oh, Gott sei Dank. Das war sehr knapp. Wie lange sollte das denn? So! So. Da ist weitermind. So. Kann ich ja noch nichts weiter herholen. so sehr schön glaube ich bald wieder ein level aufstieg aber ist ja ich weiß doch luft tricks kann doch er kann auch so ein bisschen jetzt hey man schön dass du hier bist anscheinend gerade rechtzeitig immer weiter Bereit für die nächsten. Die nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Skorpion. Martin Lee. Miles. Ich bin okay. Das sind bestimmt Jäger, die einen komischen Drohnen. Rot. Rot. Gelb. Wenn diese... Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind. Die können sich auch unsichtbar machen. Das ist so schön. Oh, je. Ich hätte mich wirklich aufwärmen sollen. Dein Kopf gibt eine schöne Tapea. Oh Gott. Okay. Schweren Angriffen kannst du nicht ausweichen. Pariere. Schwere Angriffe, wenn die Warnung von Gelb zu Rot wechseln. Parieren schon wieder. Aber... Oh, das hat aber gut funktioniert. Tschüss. Tschüss. Wer schießt denn da oben, Mensch? Ich, äh... Oh, Moment. Ich komme auch hoch, ja. So. Schon zu spät. Okay. Und bam. Sie versuchen, ein schiff zu gelangen. Sie versuchen einen, Schiff zu gelangen. Sie wollen es wie verhalten? Sie müssen sie stopfen. Wenn sie mit ihm. Was wollt ihr überhaupt mit ihnen? Euer Club hat doch offenbar genug Mitglieder. Das wird glorreich. Das klingt überhaupt nicht gut. Runter. Das nimmt kein Ende. Ich schieße. So, Leute, ich komm mal nach oben, ja, ich komm mal nach oben, komm nicht nach oben, so jetzt. Die haben aber auch Schaden, ey. Techno-Reulen. Bist du walt fürs Kind? Hm. Hm. Das ist definitiv für das Korbchen her, wir dürfen sie nicht ins Schiff lassen. Komm herunter. Kämpfe. So. Ruh, ich kann gar nicht fest. So, bam. Gut. Siehst du die Typen? Sieht nach viel Geld und Technik aus. Hm. Oder beide. Und vielleicht auch an uns. Sehr wahrscheinlich an uns auch. Ja. 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 Wer kommt hier überhaupt? Eins muss man ihnen lassen. Sie wissen, was sie wollen. Pass auf, wo du hinschieb. Wir sind Spieler und wir kämpfen vereint. Ja. 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 Warum lebst der immer noch? Ah shit. So, direkt da mit. Ich würde vom Schiff runter. Achso, das sind nur so Harpoon-Dinger. Ich dachte, die knallen da jetzt richtig Granaten drauf. Wir müssen das Schiff befreien. Ja, erstmal fehlen. Rumpschaden. Mayday, Mayday. Die Leute da drin ertrinken. Ich versuche weiter, diese Dinger rauszukriegen. Weil König Arthos sah das so leicht aus. Ich schaffe das. Da sind noch mehr Leute drin. Ich kümmere mich um sie. Ja, so schnell wie die schießen, können wir die gar nicht hier raus. Ja. Na dann. Oh Gott. Ah. Ich habe doch gedrückt. Ich drücke doch. Hallo? Ich gehe nochmal hier hoch. Jetzt aber. Oh, Spidey. Ah, so. Okay. Ähm. Ah, toll. Ich hole sie raus. Komm schon. Ganz ruhig. Ich komme anders rein. Okay. Strom. Ist ja super, dass der richtige Spider-Man hier drin ist. So. Ich hoffe, Peter hat Skorp hier den Blick. Die Typen wissen nicht, wen sie da rauslassen. Bin ich. Versprochen. Komm schon, Notstorb. Sei hier. Das sieht sehr stromig aus. Da. Bam. Das war ein bisschen zu viel. Ja. Das ist nicht gut. Die Stromspannung hier ist stark. Sogar ich kann sie spüren. Sie darf nicht zur Wache gelangen. So viel Strom würde ihnen glatt frittieren. Ich muss die Energie ableiten. Tausend Dank, Junge. Au. Aber ich hab dich gerettet. Ach, wirklich. Werf ihn doch ins Wasser. Ah. Das ist nicht gut. Unmöglich. Oh. Kriegt er jetzt Haluzinationen? Nein. Dad. Das ist nicht echt. Wir haben Skorpien im Blick. Ach so weit. Ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. 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 Okay, das ist cool. Oh nie. Ist das gefährlich? Ist das gefährlich? Miles. Was? Ohne Miles ist es so friedlich. Du bist jetzt meiner Nein. Also muss ich mich nicht mehr sagen. Keiner von uns besterben. Die Zeit läuft ab, Nero. Hä? Ich muss sie rauf. Ich muss sie finden, ich muss sie finden. Mr. Negativ. Der hat auch einen Charakter in Makeover, den ich gar nicht erkannt habe. Und Schuss. Das war ich schon selber. Das hat er ja nochmal Glück gehabt. Mehr oder weniger. Ich gehe auf den Watti mit dem Vorhaben. Ach ne? Wollen wir ja mal sehen. Ähm. Kettenblitz. Uh. Ne. Ich kann sie kontrollieren. Bam. Oh. Das war böse. Ja, da schwebt und es langsam runterfällt. Sie brauchen mich doch. Deiner Familie wird nichts passieren. Nichts. Du schaffst das. Bin bald wieder zurück. Ich schaff das. Ah, shit. Wollte gerade schießen. Aber es geht von mir auch. Okay. Ja, heilen sollten wir uns vielleicht mal. Martin würde auch ne Menge Spaß da drin haben. Wenn da immer noch Wasser drin ist. Oh. Oh oh. Na ihr? Ah, shit. Wollte eigentlich war da noch mal. Naja. Noch wer? Okay, hab ich dich aufgespießt da. Oh, da sollte ich wahrscheinlich hin. Moment. Oder? Ich kann was machen. Oh. Ich seh schon. Ihr habt einen Moment gebraucht. Sei dich! Keine Ahnung, wer ihr seid, aber das ist die falsche Stadt für euch. Du kannst nicht ankommen. Ich bin doch nicht naiv. Du blöd. Du bist ein Pferd. Ja. Moment, Leute. Ich komme mal kurz ein Stück näher. Ach, shit. Naja. Die Zorgen. Dann brauchst du erst mal einen Krankenhausaufenthalt. Krankenhausaufenthalt, so. Bam. Boah, er kann nicht mal getroffen. Diese, oh ja, den Viecher, ey. Was mit euch. So, jetzt aber. Jetzt wird aber knapp. Ich glaube, das waren alle. Oh, da auch nicht. Da kommt ja Brusthaar, man. Ja, wir haben gerade wohl so Probleme. Na los, na los. Es startet nicht. Äh, hier. Los, halt dich fest. Und. Bam. 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 Oh nein. Zu langsam. Er hat noch gekloppt. Oh ja. Oh Gott. Die Schiffsschraube. Weg hier. Ich stoppe sie. Ich bin da, Leute. Ich helfe euch. Dann wollen wir mal. Ich muss die Schraube stoppen. Juhu. So, ist mal gut mit deinem Geschieße da oben. Oh, weg mit ihr. Oh, weg mit ihr. Oh, weg mit ihr. Ah, weg mit ihr. Ah, weg mit ihr. Ah! Versterben lassen. Du weißt nicht, was du mir genommen hast. Gleich gut auseinandergerissen, ey. Spiderman, du musst mir helfen! Spiderman, du musst mir helfen! Hhhhhhh! Oh Gott, die armen Leute, die da hängen. Das nächste Chaos. Die Rettungskräfte sind jetzt zumindest vor Ort. Die Polizei sucht noch, aber es gibt keine Spur von ihnen. Und flussaufwärts? Nichts als Trümmer! Wer sind die Typen? Auf jeden Fall haben sie eine Menge Technik im Gepäck. Ja, das haben sie. Und auch noch Scorpion und Lee. Hey! Was auch immer sie vorhaben, wir finden sie und halten sie auf. Ja. Pete. Ich weiß nicht, als ich Lee in dem Schiff gesehen habe. Meine Kräfte. Sie. Glaubst du, seine Energie hat sich mit deiner verbunden? Ich weiß es nicht, Mann. Es ist... ...instabil. Also, wo auch immer der Strom herkommt. Er hat uns geholfen. Hey. Wir bringen Lee schon wieder zurück. Versprochen. Lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Ich bin aber gerade schlecht drauf. Jetzt komm schon. Na los. Psch. Psch. Du bist echt ne Nummer. Halte durch, Mais. Hinsale. Hinsale. Gläts. Hinsale.